Auf der Offerta Entdeckt, heute mal nicht aus dem Trend- und Medienforum. Wir sind ein paar Meter gelaufen, sind hier am Stand der Aids-Hilfe Karlsruhe. Bei mir ist Dr. Billy Musango. Du singst hier für die Aids-Hilfe Karlsruhe. Du singst hier für die Aids-Hilfe Karlsruhe. Warum machst du das? Ja, weil Aids-Hilfe Karlsruhe ist eine der wichtigsten Assoziationen, die wirklich das Gefühl haben, über Aids in der Welt. Er singt für die Aids-Hilfe Karlsruhe, weil er glaubt, die Aids-Hilfe ist die einzige Organisation, die richtigen Informationen über das wichtige Thema rüberbringt. Du kommst aus Kamerun. Wie viel wissen die Leute in Kamerun denn Bescheid über das Thema Aids? Du kommst aus Kamerun. Wie viel wissen die Leute in Kamerun über Aids? Ja, alle wissen, aber sie haben keine wirkliche Informationen. Alle wissen, aber die Informationen über Aids und HIV haben sie nicht. In Kamerun können Sie die Situation in Kamerun verbessern, indem sie hier in Deutschland singen? Ja, ich glaube, ich kann das machen, weil die Musik die Menschen zusammenbringt und die Informationen sehr schnell rüberbringt. Also, er glaubt das auf jeden Fall. Musik bringt die Menschen zusammen und bringt die richtigen und wichtigen Informationen ganz schnell rüber. Dann würde ich sagen, Dr. Billy Musango, bring uns ein Beispiel. Gib uns ein Beispiel von deiner Musik. Gib uns ein Beispiel. Dr. Billy Musango, das Stage ist yours. Dr. Billy Musango, das ist ein Beispiel. Dr. Billy Musango, das Cheatst aus und fangetisch. Dr. Billy Musca, das ist vollständig. Dr.outez wir mal weinen, du bist ein Beispiel dem cutting- així hier. Dr. Octoberской Reihe Dr. Mr. Scott Oh, das� wichtig am besten als informações, es die Wissenschaft durchaus ihrer vor allem�. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020